Hallo, willkommen zurück zum Wir-Bauen-ein-Dach-Simulator. Ich habe heute nur ganz kurz Zeit für genau eine Folge, die auch heute zu spät kommen wird. Es tut mir sehr leid und diesbezüglich... Wir sind heute sehr förmlich unterwegs. Ich hatte leider keine Zeit. Es klingt blöd, aber ich hatte wirklich leider einfach keine Zeit. Okay, ich habe ein Status-Update von Norden gerade im Bild. Ich hatte wirklich einfach keine Zeit. Aber wir machen jetzt hier weiter und versuchen hier weiter Details reinzubringen. Indem wir hier das zweite machen. Weil wir wollten ja so ein bisschen abrunden, damit wir hier nicht diesen 4-Gegen-Kasten drin haben. Und wenn, hätte ich gerne einen schönen 4-Gegen-Kasten hier drin. Das war nicht klug. Es wird wahrscheinlich trotzdem ein 4-Gegen-Kasten werden. Außer ich mache hier hinten eine Rundung rein. Dann haben wir zumindest hier keinen 4-Gegen-Kasten. Aber wir haben oben halt immer noch einen 4-Gegen-Kasten. Hilft nix. Und dann sind wir mit einem Slap, ne? Einmal Slap, einmal normal, einmal Slap. Und dann, ich probe die ganze Zeit Gummibärchen aus meinen Zähnen. Das war gerade mein, ähm, fähabendliches Essen. Weil ich einfach gerade... Moment, ich popel immer noch Gummibärchen aus meinen Zähnen. Ich war zu vorn, mir jetzt nochmal was zu kochen, beziehungsweise mein Essen warm zu machen. Bevor ich hier in die Aufnahme gehe. Deswegen habt ihr mich jetzt beim Zähnepupeln. Ist doch schön, ne? Immer wieder mal Neues. Minecraft Let's Plays werden so schnell repetitiv. Man muss auch mal Neues bieten. So. Ähm, hier müssen wir das hin tun. Also ich war voll stolz, dass ich so schön lange Minecraft im Voraus produziert habe. Und jedes Mal, wirklich jedes Mal, wenn ich anfange im Voraus zu produzieren, habe ich danach so ätzend viel Stress, als wenn ich einfach durchgehend jede Woche mal produzieren würde. Ja. Ich bin ein bisschen dumm. Aber das ist okay. Weil ich bin auch sympathisch. Ich bin dumm sympathisch. Ich glaube, das kann man mir nicht übel nehmen. Ja. Sind wir jetzt hier richtig, ja? Habe ich überhaupt auf Aufnahme gedrückt? Das wäre jetzt das Beste. Ja, habe ich. Es ist immer so die Panik, wenn man anfängt aufzunehmen. Oh fuck, habe ich auf Aufnahme gedrückt. Wie gehen die Treppen aus? So ein Scheibenkleister. Und ich habe natürlich keine An... Oh, ich habe gar kein... Ich habe das Holz gar nicht mehr hier. Dammit. Ähm. Ich bin wirklich am überlegen, ob wir das nächste Mal aufhören, darin weiterzubauen. Und irgendwas anderes mal machen. Als wie immer nur das gleiche. Ähm. Hier habe ich nicht das Holz drin. Hier habe ich das... Wir reden nicht drüber, okay? Wir reden nicht drüber. So. Ah, zack. Okay, das war irgendwie dumm. Ich will die ganze Zeit Englisch reden in meinem Kopf, weil ich aktuell... Oh ne, das passt doch. Weil ich in der Arbeit jetzt jeden Tag Englisch reden muss, aufgrund einer neuen Kollegin, die nur Englisch spricht. Und ich hasse Englisch. Und ich kann auch kein Englisch. Aber, weil ich jetzt den ganzen Tag diesem Englisch ausgesetzt bin, will mein Kopf die ganze Zeit mit mir Englisch sprechen. Du wirst so kirre da dabei. Warum fällt mir mein Englisch jetzt noch mehr auf? Da ist ein... Ja. Okay, ich brauche also hier einen Slap. Und ich bin wahnsinnig... Ach, das war so dumm. Und ich bin wahnsinnig müde. Noch müder als sonst nach der Arbeit. Weil dieses ständig eine andere Sprache sprechen, die man nicht kann und die man nicht mag, ist so wahnsinnig anstrengend. Und ich bin so ermüdend. Entschuldigung, da war wieder Gummibärchen im Zahn. Hoppala. Deswegen habe ich auch... Ja, okay. Gestern war ich noch beim Training mit Poledance. Und dann, ähm... Wenn ich nach dem Poledance um 8 irgendwann mal zu Hause bin, bin ich dann auch ein bisschen zu müde zum Aufnehmen. Deswegen hatte ich eigentlich gedacht, dass ich gestern noch aufnehme. Aber... Ja. Ich war sogar dabei aufzunehmen. Da fällt es mir gerade ein. Aber... Ähm... Steam wollte das Spiel nicht abspielen. Also habe ich nicht aufgenommen. Und das ist eine traurige Geschichte. Oh, scheiße. Eine traurige Geschichte. Wie ihr merkt, obwohl ich seit zwei Wochen nicht mehr aufgenommen habe, Minecraft ist nichts Relevantes passiert in meinem Leben, von dem ich jetzt erzählen könnte. Ist krass, ne? Es ist so... Spannend. Ah. Hoppala. So. Also, dass ich unter TikToks immer noch dafür geflamed werde, was für unfassbar schlechten... Und wie sehr was für einen starken deutschen Akzent ich habe. Und ich denke mir jedes Mal, oh, no shit Sherlock. Liegt vielleicht daran, dass ich deutsch bin. Okay. Ich bin so hart verwischt von dem, was ich hier baue. Also von dem Muster. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich das noch... keine Ahnung, wie oft machen will. Das ist ja richtig scheiße. Vor allem habe ich gerade... Ich habe auf der... Warte. Ich kann euch mal was anteasern. Wo ist denn mein normal... Da. Ich habe hier was angefangen zu bauen. Hier. Cool, ne? Ich finde es cool. Aber es ist noch nicht mehr als eine grüne Fläche. Und das, meine Freunde, war ein Krankenwagen. Und jetzt wird es kalte meiner Wohnung. Warum guckt ihr euch das an? Ganz ehrlich. Ah, doch. Das Spannendste, was in den letzten Tagen passiert ist, ist, dass ich angefangen habe, mir Tomaten, Paprika und Gurken zu züchten. Also was heißt züchten? Ich habe... Hallo? Ich habe mir Samen im Baumarkt gekauft und sie eingepflanzt. Weil ich jetzt Hochbeete habe. Ich habe da draußen auf meiner Terrasse drei Hochbeete stehen. Und die will ich bepflanzen mit Tomaten, Paprika und Gurken. Und dann esse ich ganz viel... Oh, und Salat! Dann esse ich ganz viel Tomaten, Paprika und Gurken. Ist cool, ne? Also ich freue mich ehrlich gesagt drauf. Ich habe auch ganz viele Kräuter gekauft. Und ich hoffe und bete einfach. Dass mir der ganze Scheiß nicht eingeht. Und dieses Jahr vielleicht tatsächlich schaffe, Sachen anzupflanzen. Das wäre echt cool. Wie müssen die... Echt, die müssen... Echt, die müssen so rum? Die müssen doch nicht so rum. Verarscht mich doch gerade. Doch, die müssen so rum. Okay. Vielleicht verarscht er mich nicht. Ja. So. Ich bin auch heute, weil ich ein Päckchen bei der Poststation abholen muss, bin ich zu dieser scheiß Poststation gelaufen, damit die außerplanmäßig geschlossen haben. Ich hasse das. Wenn ich unnötig irgendwo hinlatschen muss. Das ist eine Schüttcher-Lock unnötig. Und ich mag das nicht. Vor allem einfach nur mit einem Zettel an der Tür. Weißt du, da hätte... Es ist schön, dass ich vor allem im Internet geguckt habe und auf mein Abhol- Scheinchen, wenn ich es abholen kann. Ja, am Arsch. Genau heute sind sie nicht da. Wo bin ich denn? Ich muss jetzt nochmal... Oh, das geht sogar schön aus. Hier, hier und... Also für mich zum Baum geht es schön aus. Hier, hier. Yay. Okay, was... Was haben wir denn... Da am Rand ist überall Tyrian, ne? Dann machen wir den Rand doch mal hier weg. Und setzen da überall Tyrian rein. Ach, da ist schon welches drin. Und dann können wir das Ganze mal in voller Pracht sehen und dann beurteilen, dass es wahrscheinlich kacke aussieht und wir alles aber wegmachen. Damit sich die letzten... Entschuldigung. Damit sich die letzte Stunde richtig gelohnt haben. Stimme ist, ich lache jetzt, aber es ist nicht mehr so abwegig, dass das passiert. Was ist Minecraft? Man ist nie zufrieden. Schauen wir mal. Okay. Die eine Seite haben wir. Dann nehmen wir jetzt die andere Seite. Und ich weiß gar nicht, ob ich da Holz drin lassen wollte. Ne, das wäre da zu vieles Guten. Wir machen da einfach Tyrian rein. Das passt schon. Ihr wisst besser als ich, was ich letzte Folge machen wollte. Für euch ist die doch nicht so lange her. Länger als sonst, weil die kommt ja jetzt später, diese Folge hier. Aber doch nicht so lange. Okay. Und noch einmal. Bitte schau... Nein. Bitte schau gut aus. Bitte, bitte, bitte schau gut aus. Was Schlimmes ist, wir müssen das ja auf der anderen Seite auch machen, ne? Warum wollte ich nochmal so wahnsinnig viel Detail in dem Ding drin haben? Ach, der Fickse. Was ist das doch? Dieses unkontrollierte zweimal klicken. Okay. Dann kommt hier nochmal Tyrian. Ich mache jetzt einfach hier Tyrian durch. Und mache dann das Holzzeug. Was habe ich hier eigentlich in der Mitte? Ach, ich habe hier wirklich einfach nur... Treppe, Treppe. Okay. Aber das geht doch gar nicht. Hä? Ich bin gerade bescheuert. Hä? Moment, ich muss gleich nochmal bei dem Holz gucken. Okay, und das auch nochmal Tyrian. Oh Gott, ich glaube, ich bin richtig müde. Das kann ja heute beim Stream was werden mit Rocket League. Das ist doch nur eins und das ist zwei. Das sind doch Stairs. Oh. So. Ah! Oh mein Gott, ich bin dumm. Der Zwischenraum sieht einfach anders aus. Okay. Ich habe es verstanden. Ich bin ein bisschen dumm. Okay, die letzte Treppe haben wir dann hier noch hin. Kann gut sein, dass ich mein... meine Spitzhacke eh reparieren muss. Nee. Ähm. Letztes Stück Holz. So. Gib mir den Cobblestone. Ich wollte gerade schon wieder Englisch reden. Ey, geht mir das auf den Sack. Ah, die können uns auch mal hinlegen zum Schlafen. So. Dann holen wir noch das letzte Stück Holz, damit wir den Teil der Wand fertig machen können und dann schauen wir vielleicht mal, was wir mit der Decke machen können. Es sieht halt leider schon cool aus. So leid es mir tut. Oh, shit. Ich mag's. Ist doch kacke. Okay. Ähm. Was wollte ich? Holz. Aber dafür muss ich erst den Cobblestone loswerden. Balsche Kiste. Da. Cobblestone kann ich eigentlich alles wegschmeißen, ne? Ähm. Da. Dark Oak Wood. Stimmt, Dark Oak Wood muss ich auch normal... Ähm. Hab ich da wieder was? Ja. Ach, sind gerade auch shitty. Die muss ich normal farmen. Die gehen ja leider nicht im... In den... In den... In den... In den Bonsai-Dingern. Ich will die ganze Zeit unfortunately... Ich werde doch dumm mit der Arbeit. Okay. Es sieht leider cool aus. Okay. Ähm. Vielleicht... Machen wir... Geh mal weg. Ich hab ne Idee. Ich weiß nicht, ob sie gut ist. Aber ich hab auf alle Fälle ne Idee. Ja. One... One moment in time. So. Don't like this. Jetzt! Ah! Was ist das denn? Alter, ich komme mir vor wie keine Ahnung, Lisa 19, war ein Jahr in Australien und denkt jetzt, sie kann nur noch Native American reden oder sie kann nur noch Englisch reden. So komme ich mir vor. Ähm, 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 ähm. Ich würde es irgendwie verbinden zwischendrin. Wisst ihr, dass wir wenigstens an den Ecken so eine Kuppelform haben? Dann können wir die hier einmal kurz ein bisschen runter machen und da drüben wieder, also übertrieben dargestellt so bis hierhin, dann so und dann so. Versteht man? Vollkommen. Ähm, und dann gehen wir hier auch so zu diesem Teil und machen da so eine kleine Kurve. Oh Gott, das habe ich bis zum nächsten Mal wieder vergessen. Ja. Wobei das nächste Mal kann nicht zu lange dauern, weil ich ja für übermorgen auch wieder eine Folge brauche. Also mit viel Glück habe ich es nicht vergessen. Aber wie mache ich das da drin? Okay, ich kann gib mir mal den hier. Und dann brauche ich kurz Tyrian geht relativ schnell zum abbauen, ne? Ich muss das ja irgendwie umdrehen. Okay. Okay. Dann. Einfach normal. Mhm. Normal. Äh, uah. Normal. Runtergehen. bis wir hier das erreichen. Okay, und jetzt müssen wir halt... Achso. Ne, das ist nicht ganz gleich, ne? Aber das heißt, wir brauchen hier... Will ich das in... 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 Ne, 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 ne. In Dark Oak machen. Ich glaube schon, dass ich das in Dark Oak machen will. Oh, shitty. Äh. Na. Like this. Was hab ich denn mit meinem Like this? Das ist doch dumm. Vor allem geht's mir selber auf den Sack. Habe ich das nicht lassen? Okay, wir haben hier... Einen Crafting Table. Gehen wir hier hin. Und machen das so. Das heißt, wir müssen auch hier so. Und dann... Kommt jetzt die Arbeit, die ich gar nicht mag, weil ich da irgendwie nicht hinkomme. Also weil ich zum Schluss da nicht mehr hinkomme. Ja. Ja. Ja, jetzt... Ja, jetzt bin ich hier, ne. Vielleicht kurz. Danke. Ich muss da kurz durch. So. So. Und das geht halt auch einfach. Dann... Gar nicht mehr viel Schnörkelei. Okay, dann brauch... Entschuldigung. Dann brauchen wir aber hier vielleicht noch... Dann morph das quasi da so rüber. Finde ich nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Okay. Dann haben wir jetzt quasi heute unser Musterbeispiel für das Dach fertig gemacht. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren Bescheid geben, was ihr davon haltet. Und jetzt bin ich mal richtig YouTubig und sag, ähm, Comment dalassen, ähm, Glocke abonnieren, Daumen hoch dalassen. Und dann... Ich bin immerhin kurz vor den 500. Ey! Und dann sehen wir uns hoffentlich übernächsten... Morgen wieder. Alter. Ähm, ich wollte gerade sagen, übernächste Woche. Das ist Quatsch. Dann sehen wir uns übermorgen wieder. Zu einer neuen Folge Minecraft. Und bis dahin, auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017